...signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es. ...die sie umbringt. Tide Man gab ihnen Erinnerungshemmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen sie sich. Alles klar. Wo sind wir hergekommen? Von da. Aber hier, gucken wir nochmal schnell. Sehr schön. Stays nochmal. Oh, da liegt noch was. Natürlich. Kelly ist im Keller. Hier gibt es alles, was ich haben möchte. Die 033-0. Seine extra CNC-Fräse. Sein Schweißgerät. Seine geile Werkbank. In case of League. Oh, shit. So war das nicht gedacht. Aber okay. Okay. Kapitel 2. Ist sie mir in einer Autowerkstatt oder was? Das sieht so aus. Okay. Oder ist das hier Kelly's Werkbank? Keine Ahnung. Hier ist auf alle Fälle im Shop. Oh. Alle herhören. Hier spricht Sorensen von der CNC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so können wir sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Alles klar. So, was bringt der Shop? Brink dieser Shop hier diesmal unsere... Ach. Das ist nicht. Okay. Abhutengewehr Suche. Projekte. Projektile für das Suchegewehr. Okay. Needbolzen. Nein, Plasmaenergie. Richtig. Ich will das klassisch hier durchschlagen. Flammenwerfer. Putzgewehr. Das hatten wir bis jetzt noch nicht, weil ich habe es mal gesehen. War nicht so mein Style. Haltleiter Gold können wir verkaufen. Schmeißen wir darüber. Genau so sieht es aus. Gucken wir nochmal hier. Wir haben vier Knotenpunkte. Machen wir den Plasma-Cutter wieder geiler? Och. Schaden oder Kapazität? Ach, da komme ich gar nicht hin. Da muss ich da lang. Boah. So. Vier Knotenpunkte weg. Alles für den Arsch. So. Ganzes Dunkeln. Oh, oh. Die Evakuierung läuft oder was? Und ich bin nicht dabei? Nein. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierung. Alles klar. Ist das geil. So sieht es normal aus. So. So sieht es bei uns jetzt aus. Hehehe. Wie geil. Oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. das sieht aus wie Puff Ok, das trefft wir ganz gut Müscht da rein Direktort Eidmann ein stationsweiter Notfall ist eingetreten gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht alle Bürger haben die Station zu räumen Plünderer werden sofort erschossen das ist keine Übung alles klar Untergeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Achtung. Wir bringen direkt vorhanden. Oh. So ein Speichelpunkt ist ab und zu mal echt eine Wohltat für die Ohren. Ach, nicht schau, wie der. Was? Wir sind gesucht. Psychopathisch gefährlich eingestuft, nicht nähern, sofort auf den Einsatzort melden. Ja, sauber. Nein! Nein! Energieknoten. Schneller raus. Ja! Noch nie gespielt. Auch Teil 1 nie gespielt. Deswegen Teil 1 haben wir jetzt durch. Mahlzeit, oh wie! Nee, das ist, ausnahmsweise ist es die Waffe. Ich kann nicht schneller schießen. Die müssen wir erst noch pümpeln. Nicht weiterleiten. Aufgrund der anhaltenden Einbruchs im Planeten-Ausschlachtungsbetrieb und der eingehenden Kündigungswelle ist die Arbeitslosenquote auf Titan Station auf 9,5% gestiegen. Ja, selbst hat es schuld. Moment. Ui, 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 ui. Was? Moment. Was ist das? Weg. Meiti-Pack. Okay, nutzen wir es halt. Somit. Du hast mal Energie. Suche Protokolle brauchen wir nicht. Also wie gesagt, die Waffe ist jetzt erst mit zwölf Schuss bestückt und schnell schießen kannst du nicht. Du musst dich also zwischen dem einen und dem anderen schießen, das ist glaube ich 1,5 Sekunden. Das dauert ein bisschen. Jetzt war doch irgendwie... Was? Aha! Weg! Schling! Okay, dann so. Aua! Einmal links und einmal rechts. Da fällt mir aber was ein. Moment mal. Geh mir mal das Ding da. Ich will hier nicht rein. Ich will mit diesem... Ich hab das schon gemacht. Hallo! Was? Auf den Schießen kann ich nicht. Das ist doch scheiße. Naja, go. Au! Drecksack! Lass das! So! Oh, ein Stace-Paket. Können wir nicht mitnehmen. Scheiße! Bremsstoff. Machen wir nicht. Ist das da irgendwas? Nein. Oh, liegt hier doch nicht so rum. Geh mal beiseite. Hoppla. Zugang. Vierter Stock. Erster Stock. Okay. Wie Drive. Ah! Ich muss jetzt mal unterprobieren. Ah! Hahaha! Ah! Jesus breaking всем! cellular화. Oh! Ah! hallo sitzen sie da immer so gerne rum hallo 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 Oh! Napf! Hallo? Oh! Nicht machen. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Das ist meine Mutter! Nicht so weit! Oh! Nee! Ach, die Mutter! Liebe Spieleentwickler, das ist böse gewesen. Das war böse gewesen. Ich muss meine Mutter helfen! Meine Mutter muss ich helfen! Meine Mutter... Ja. Nein. Tja. Schön, dass ein Zimmer abhattet, aber sehr klein. Oh! For sale. Homefinanciering. Party hard! Alles klar. Homebusiness... Mhm. Gut. Was machen die denn da drin? Okay, heulen. Ist da einer drin? Macht's Spaß? Macht's Spaß? Was ist mit dem Legale? Sehr mysteriös. Was? Achtung! Ausfall des Energieversorgungsskitzes. Men's not overrated. Bitte warten. Ich hab ihn mit ordentliche gebaut. Das ist über disadvantage. Se факul. Se retired cooler. Ha! Ha! Da war doch noch irgendwo irgendjemand. Ach, die sind schon weg. Schade. Noch mal nachtreten. Boah. Kein Bredner. Hier kommen sie nicht rein. Ich werde sie diese Tür für niemanden lassen. Und es ist nicht egal, was deine sich anstehen. Schnauze da drin. Verreckt doch. Oh, man stays back. Na, haben wir nicht, ne? Serie, die Geschichte der Raumfahrt, Titan Stations, die Eroberung eines Mondes, ein Eilens von zwei. Wenn wir das jetzt lesen, sind wir morgen noch nicht fertig. Entschuldigung. Ist doch wahr. Aufbruch, Station 4. Überall sind Necromovs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Titan Man will diese Macht. Gehen Sie verbahnt, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kiffini-Power. Dana? Verdammt. So, da ist man wieder speichern. Let's. My family was killed by Necromovs. Money to buy plasma color. Okay. This. Three kittens. Nee, Hunde. Aber keine Katzen. Nicht mal anständige Heals. So komische Schlappen da. Moment, gerade. So, gleich geht's weiter. So. Wo müssen wir hin? Da lang. Genau. Oh, Quatsch. Kili? Was ist das? Eine Lukulele oder irgendetwas Elektronisches bestimmt. Alter Schwede. Gehen wir nicht auf den Keks da drüben. Hat nur vier Seiten? Okay. Das ist ein Bass. Hat nur vier Seiten. Eins, zwei. Hat sogar nur drei. Doch, hat vier Seiten. Ein Bass. Okay. Sag mal. Leuchte uns, du Leuchte. Mann, das wollte man mal Spaß machen mit der Lampe hier. Kommst du wieder um die Ecke. Kommst du wieder um die Ecke? Geh mal weg da. Danke. Entfernt euch. Was haben wir da drunter? Nix. Hauptsache mal einen Raum. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. TST. Ach, müssen wir doch mal gucken. Halbleiter Rubin. Was haben wir da hinten? Energieknotenplan. Ach, müssen wir drin lassen. Ist ja gut. Liebholzen. Nee. Also hier diese LED. Geile LED-Wand. Was ist doch eine Ukulele. Okay. Öffnet die Musik. Aber ich muss da rein? Okay, ich habe was vergessen. Wo? Wo? Oh, nicht so eine. Ja, super. Alles wieder in Ordnung. Ich habe Gänsehaut wie die Pest. Wo ist der explodiert? Hat er was liegen gelassen? Nein, hat er nicht. Ich hätte ihm einen Koffer an den Kopf schmeißen müssen. Das war auch immer in den Ärmel aus. Das war auch immer in den Ärmel. Nein, definitiv. Ey, mit diesen Kindern mit ihren Händen. Überall, alles müssen sie antatschen. Ich habe einen Koffer. Ich habe einen Koffer. Ich habe einen Koffer. Ich bin der Wester. Ich bin der Wester. Wir haben den Doktor. Ich bin der Wester. 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 Wow. Wow. Das war mal geil. Nicht so ein Horror, sondern einfach nur geil. So, was haben wir denn hier? Titan, Grundschule, Beta-Knoten, Altmann Plaza, Schienenverkehr, Gamma-Knoten. Äh, was? Ah, Gamma-Knoten, Titan Heights, Waterhalle, Galileo Square. Super. Habt ihr das gehört, was die Tussi gesagt hat? Die Nadel brennt warm. Ja, warum hast du das dann überhaupt reingesteckt? Reingesteckt, ja. Reingesteckt. Meine Güte. Hat sich die Scheiße in den Arm gesteckt, weißt du? Und ich soll dran schuld sein. Nein, nein, nein. Nein! Scheiße! Ich habe keine Stace mehr. Jetzt bräuchte ich Stace. Können wir das zurückgehend holen? Probe ich was aus. Was? Ach nö. Okay, dann schmeißen wir das mal raus. Damit wir Stace nutzen können. Stace nutzen. Mit C auffüllen. Super. Dann können wir das wieder nehmen. Gehen wir aus der Sonne. Achso. Gehen wir aus dem Mond. Genau, dann sagen wir hier demnächst. Gehen wir aus dem Mond. So. Oh. Ach, scheiße. So. Jetzt aber. Das ist schon geil, wie sich das hier unten anhört. Ach. Oh. Muss ich jetzt? Es leuchtet. 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 Okay, das kann man. Schau. Oh. System Neustart. 0-0-0-0-275. Firewall deaktiviert. Oh scheiße. Ich wusste es. Oh wir fahren los. Bisschen schnell. Oh, Shit! Ich... Oh, das war ein großes Medipack. Stopp! Schmeißen wir noch ein kleines weg. Nochmal. Wir gehen weiter vor. Schmeißen das weg. Gehen nach hinten. Nehmen das große. Ach, hau doch ab! Der macht die Tür auf. Ach, mach mal. Ach, mach mal. Ach, mach mal. Na klar, was sonst? Warte mal, komm mal her. Einmal. Hat das gereicht? Okay, dann halten wir so. Nee. Oh, wow. Ah! Oh, oh, oh. Oh shit, das ist drauf. 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 So, wir brauchen das da. Da lang. Gut. Bevor wir das aber machen... Gucken wir erstmal hier rein. Oh shit, das ist drauf. Ach guck mal, was war denn da? Ein Energieknoten. Ja, sehr geil. Dankeschön. Nein, das brauchen wir nicht. Was ist das? Detonations- und Detonator-Mino. Okay. Nö, nö. Was ist das? Impulsgewehr? Nein, danke. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sollen die Treppe dann nach oben gehen. Credits of all the film. Ja, na klar, Geld. Jetzt brauchen wir Geld. Das letzte Mal brauchen wir kein Geld. Ja, jetzt brauchen wir Geld. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Wir sind im Kapitel... Wir sind im Kapitel 3. Sehr, sehr geil. So.